Die Kupplung ist drin, der lässt sich super fahren. Wo ich sage super fahren, kriegen wir sofort eine Pläne. Aber der ist so geil. Ja. Was ist passiert? Ist er jetzt wach geworden? Ja, alles abgekühlt. Die Moschkeldin ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin auf dem Weg zu mit dir und wir wollen eine Leistungsmessung machen. Der eine oder andere wird sagen, hey Junos, stehst du auf Leistungsmessung? Ja, stehe ich. Es gibt nichts Schöneres, wenn ihr irgendwas am Motor macht und dann zum Leistungsmessung geht und dann sehen könnt, hat das was gebracht oder nicht. Das ist immer geil. Der mit ihr wartet schon auf mich. Ich bin leider zu spät. Nicht, weil ich zu langsam bin und ein langsames Auto habe. Der hat hier 304 Pace, ja. Ich bin einfach zu spät losgefahren. Wir haben eine neue Kupplung hier verbaut. Die Kupplung war verglast. Ja, ihr habt recht. Ich kam nicht auf dieses Wort. Verglast. Verhärtet. Hab ich mal gesagt. Darum ist es sehr interessant zu wissen, ob diese Kupplung jetzt was bringt oder nicht. Ich kann aber von der Beschleunigung her sagen oder wie er sich fahren lässt, das ist brutal. Also ich fahre mit dem vierten Gang bergrunter, berghoch. Das ist in Latte. Der hat so eine Beschleunigung, das ist nicht normal. Einfach mit dem zweiten Gang, Landstraße. Was ist das? Also verpackt. Also die Kupplung ist brutal. Egal. Ich will jetzt die Kupplung bis dahin nicht verbrennen. Deswegen fahre ich jetzt easy zum Metier und werden einmal eine Messung machen. Oder auch zwei. Oder auch drei. Je nachdem wie viel Zeit der hat und wie viel Bock wir haben. Und ja, wir wissen ja auch nicht wie lange das Ding hier mitmacht. 300.000 Latte schon auf der Uhr. Nicht ganz. Mir fehlen nur noch 600 Kilometer. Die will ich auch noch schaffen. Ich freue mich auf den hier. Ehrlich. Schon lange nicht mehr gesehen. Mal gucken, ob er mich wieder erkennt. So, bis gleich. Ich beschleunige mich. Keine Angst. Ich fahre ganz chillig. Auch wenn es mich in den Fingern juckt. Ich bin auf der Landstraße. Eine Sekunde. Ich muss ja auch mal hier ausgiebig die Kupplung machen testen. Habe ich ja noch nicht gemacht. So, eine Sekunde. Einfach mit dem dritten Gang. So. So. Wir haben hier einen Kompressor verbaut. Der einfach mal 120 PS mehr bringt. Der ist nicht beschleunig. Wer ist der? Mit dir? Wie geht's, Leon? Alles gut? Gut und selbst. Auch gut. Lange nicht gesehen. Auf jeden Fall. Aber wiedererkannt. Danke, Frisur. Dankeschön. Ich hatte heute ein bisschen elektrische Probleme gehabt. Wow. Das ist Wahnsinn. Ich steh auf sowas. Ich steh auf Amis, die richtig schön Krach machen. PS ist egal. Der macht Krach, aber richtig. Das glaub ich dir. Was ist das für schönes hier? Drosselklappen? Für die Drosselklappe oder was? Bitte? Ist das für die Drosselklappe? Ja, ja. Motorspülung, ja. Motorspülung. Ja, das hab ich mal gesehen. Cool. Schönes Ding. Mit dir muss ich auf jeden Fall das hier anschauen. Das hab ich extra mitgebracht. Boah, hab ich das vermisst, den so auf der Rolle zu sehen. Hammergeil. Der hat sich auch auf der Rolle mehr Kilometer gemacht, als auf der Straße, oder? Das stimmt. Wir haben jetzt 16 Zoll. Anstatt 17 Zoll. Ja. Wird das jetzt viel mehr Unterschied machen? Ja, das werden wir gleich sehen. Wir messen die Kompensation neu ein und synchronisieren den neu und werden wir sehen, ob das dann einen Unterschied macht. Das sieht man, bevor man die Messung macht. Bist du so groß? Kommt kaum ans Pedal. Das ist so, wenn man längere Beine hat. Aber allerweise benutzen wir nur Gurte, aber bei dem brauchen wir hinten auf jeden Fall Ketten. Jetzt, also die kann ja eigentlich unmöglich bei der Laufleistung noch die erste sein, oder? Ich glaube nicht. Dafür sieht die viel zu gut aus eigentlich. Ich finde die auch. Also es haben ja auch ein, zwei Getriebeschrauben gefehlt, ne? Die Temperatur bekommen ein bisschen, ne? Jetzt nicht übertrieben, aber schon, die hat man schon was gesehen, ne? Ja. Ja, Schwungrad sah zumindest im Video besser aus als die Druckplatte. Genau, Schwungrad hatte ich auch keine Probleme gehabt. Ja, die verglasen so, diese Belege, ne? Das sind übrigens, hast du ja auch gerätselt, das sind eigentlich, ich bin jetzt auch kein Fachmann dafür, aber organische Belege, das ist auch ein organisches Material, ja. Organisches, genau. Und was ich aber interessant finde, hier glitzert überall so zwischendurch Kupfer, Kupferfarben, ne? So, ja, ich glaube. Ich glaube, das sind so Kupfer, um das zu, diesen Belag miteinander zu verbinden. Also das ist quasi ein, so, diese Fasern da drin oder so. Ich habe keine Ahnung, aber Pulver in der Herstellung. Wenn du das zusammenfügst, ja, das muss ja auch irgendwie, wie beim Beton oder so, da hast du ja auch Eisen dazwischen, dass ich das richtig verbinden kann, ja. Und ich denke, das haben die deshalb da reingemischt. Aber sieht besser aus als, äh, als erwartet, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es die erste ist, wenn es die erste ist, ist es krass. So eine kleine Stufe, hier eigentlich, genau hier, wo du das, äh, die Farbe siehst, wie so eine Stufe, sag ich mal, ne? Stimmt. Ja, hier ist bestimmt dann stärker Druck drauf gewesen, einfach, ne? Ja, müssen wir das einmal neu einmessen. Kompensation und so, ne? Wegen den Rädern. Genau. Die Reifen sind ja anders jetzt. Hier nochmal riesen Dankeschön an Daniel, der mir die Reifen gegeben hat, der lieber. Bin ich gespannt. Also, es kann sein, dass wir vielleicht 220 PS haben, es kann auch sein, dass wir weit über 300 PS haben. Bin gespannt. Ja. Ja. Theorisch stimmt das soweit. Können wir besser machen. Ja. Machen. Machen. Machen wir. Stunke der Wahrheit. Nein, ja ich schicher. Alle, die vor was dem Maske zu da tun ist. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 hier ist hier ist relativ ähnlich also je höher die drehzahl ist desto größer ist der unterschied eigentlich kann man sagen wir unten ist relativ identisch oder der der sinnvollste vergleich weil das ist jetzt direkt hintereinander gemacht wird gerade vierte und dann noch mal fünfte sagen aussagekosten schon 299 ps mit dem vierten das ist schon rekord also 304 ps war ja mit dem fünften gemessen sommer 311 ps wo wir die 304 ps beim marco ding hat erreicht haben habe ich ja damals leerlaufsteller gekauft ja genau die befürchtung war das war halt genau raus und jetzt ist er ja dran das heißt er verliert da noch mal druck sollen wir den auch kurz hast ja so eine zange wäre geil ich erkläre euch das mal ganz so wir hatten 294 ps erreicht hier mit dem leerlaufsteller und dann habe ich diesen leerlaufsteller kommt ihr vom leerlaufsteller in die ansaugung rein abgekappt das heißt wir sind ohne leerlaufsteller gefahren weil dieser leerlaufsteller hat ja druck geklaut das heißt sobald wir richtig hier druck aufgebaut haben dieser von dem leerlaufsteller wieder in die ansaugung so hat man weniger ladedruck gab und danach haben das abgesteckt software drauf und haben 304 ps gab das muss man dazu ja genau einfach also das schneidet das nicht weg ne 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 das drückt das nur zusammen mehr so ja das reicht doch erstmal ne oder sagen wir noch mal wenn du drückst dann ist das gleich wirklich abgeschnitten mit dir also mehr kann ich nicht drücken das war's so das heißt jetzt haben wir den leerlaufsteller so gut wie stillgelegt so dass kein ladedruck mehr entweichen kann so müssten wir jetzt mehr ladedruck haben wenn es klappt wenn es nicht klappt haben wir es ausprobiert aber ich habe jetzt keine software dabei weil ich bin ja davon ausgegangen normalerweise dass wir die trauen appels wenn ich jetzt nicht bewusst dass wir das jetzt erreicht tatsächlich gesagt hat hat die traktionskontrolle an muss die kontrolle euch gemacht nein traktionskontrolle muss die kontrolle machen einiges durchgegreht der muss das noch mal machen ja der hat auch power das auto 310 ist mit der vierte nicht mehr aber mit der vierte 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 5 5 6 6 6 7 5 5 5 6 6 7 5 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 6 6 6 7 7 7 7 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 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 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 heißer werden dann sinkt auch natürlich irgendwann die leistung ja kommen wir jetzt wieder zum fazit weil das haben wir nicht gemacht die kupplung hat was gemacht wir einigen uns einfach darauf kann ich dir sagen es macht einen riesen unterschied das ding abzuklemmen also da stimmt irgendwas nicht aber vor allem also jetzt im oberen drehzahlbereich haben das nicht unbedingt jetzt bestätigen können klar wäre mit sehr starke messung aber untenrum brutal also du triffst bei 1200 drauf der beschleunigt direkt das war vorher ist er abgestorben also der hatte gar keine kraft so und jetzt rennt der wie so wie so ein diesel das mal aus natürlich muss ich habe ja kein ausdruck von mir und daher wäre cool wenn ich einen davon habe ich könnte die ganze werkstatt allerdings tapizieren du hast doch schon so ein vier pack blätter sie so ein blätter mitgenommen ich sage das was gemacht war ja auf jeden fall so muss man sagen dass wir nach hause mit ihr mit ihr folgen will instagram ist unten verlinkt könnt ihr gerne mal bei ihnen vorbeischauen mit ihr dankte dann viel spaß und jetzt mache ich bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal